Ich bin Birgit Weisheim, Chemikerin und Unternehmerin aus Duisburg, seit 2012 Abgeordnete, Sprecherin für Industriepolitik und Diversity Management. Wir Grüne reden nicht nur über die Folgen des Klimawandels oder über die Folgen des ungezügelten Ressourcenverbrauchs. Wir wollen gezielt etwas dagegen tun. Als Unternehmerin bin ich gestalten gewohnt und deshalb passt Unternehmerin sein und Grün so gut zusammen. Ich möchte weiterhin die migrantische Ökonomie nach vorne bringen, denn migrantische Unternehmen sind wahre Jobmotoren hier in Nordrhein-Westfalen geworden. Auch nachhaltige Geschäftsmodelle wollen umgesetzt werden und deshalb unterstütze ich insbesondere die neue Anlassgründer Szene mit nachhaltiger Förderpolitik. Ich singe, seit ich ein Kind bin, in Chören und seit über 20 Jahren im Philharmonischen Chor Duisburg. Und weil ich die ein oder andere Chorprobe auch mal ausfallen lassen muss, übe ich dann schon mal heimlich und leise abends hier in meinem Büro. Und bisher hat sich aber noch keine Kollegin und kein Kollege darüber beschwert. Dass Nordrhein-Westfalen der Industriestandort Nummer eins bleibt, aber wo Nachhaltigkeit groß geschrieben ist und Ressourcenverbrauch und Ressourcenschutz und Effizienz im Vordergrund stehen und wir Weltmeister sind im Bereich der Umweltwirtschaft.